Die Idee nochmal ein Q&A-Video zu machen, also ein Frage-Antwort-Video, kam nicht aufgrund des Samstags zustande, sondern schon vorher aufgrund der sportlichen Situation, aber die Geschehnisse außerhalb des Sportlichen am Wochenende haben nochmal eine eigene Dynamik entwickelt und das hat auch dieses Frage-Antwort-Video beeinflusst. Und damit herzlich willkommen hier im FCS-Blog mit mir, Carsten Pilger. Es wird etwas ernster als sonst und das macht mir eigentlich weniger Spaß, denn ich sehe den 1. FC Saarbrücken als einen großartigen Teil der Saarbrücker Stadtkultur, der saarländischen Kultur, der Fußballkultur. Ein Ort, an dem man sich versammelt, an dem man gute Zeiten mit Freunden erlebt, an dem man traurige Zeiten gemeinsam mit Freunden verarbeitet und doch immer wieder an den sportlichen Erfolg glaubt und im besten Fall feiert man den zusammen mit der Mannschaft und in schweren Zeiten steht man eben zusammen. Das Bild wird dann getrübt, wenn eben Leute den Fußball für fremde Zwecke missbrauchen und ja, wenn ihr mir auf Instagram und Facebook folgt, habt ihr die ganze Diskussion mitbekommen, nicht nur um die Menschen, die in den Innenraum eingedrungen sind am Wochenende, sondern auch um Geschehnisse nach dem Spiel, die dokumentiert wurden von Teilnehmern einer Mahnwache für die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vor zwei Jahren und auch dokumentiert von einem Saarbrücker Fotojournalisten Kai Schwert. Da könnt ihr euch selber einlesen. Ich habe dazu Stellung bezogen in einem Posting, aber aus diesem Grund ist die allererste Frage, die ich in diesem Q&A an den Anfang packen will, eben diese. Hallo, ich habe da eine Frage, was kann der Verein tun, um fremdenfeindliche Menschen, Nazis aus dem Stadion zu drängen? Oft kommt es im Stadion unter den Fenster durch zu Gewalt, was leider keine Lösung ist. Hier teile ich was. Mir haben schon häufiger in der Saison Leute geschrieben, die auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben und ich habe das Gefühl, diese Leute werden bislang nicht gehört. Gestern war es auch so, als ich meine Stellungnahme zu diesem Vorfall geschrieben habe oder auch generell zu einem Klima, was im Stadion herrscht. Ich bekam sehr viel Zuspruch, aber es gab auch diese kleine, laute Minderheit, laute Minderheit, die gefordert hat, ja, man solle sich doch auch von Linken distanzieren. Das sei doch gar kein Problem. Es sei eher ein Problem, alle Andersdenkenden als Nazis zu diffamieren. Und hier will ich einmal klar Stellung beziehen und ich wünsche mir vom Verein, dass er das auch macht. Es gibt, wie bei den meisten deutschen Fußballvereinen, wie eigentlich bei fast allen in der Fanszene, eben auch Rechtsextreme, Rassisten, Nazis. Und das einzige Mittel, was mir dazu einfällt, ist einfach eingestehen, dass das ein Problem ist. Mal größer, mal kleiner. Es ist ein Problem. Und ich würde mir wünschen, dass unser Verein, und wenn nichts unser Verein tut, dann eben wir als Fans, klar Haltung beziehen, klar Stellung beziehen. Es ist nicht umsonst jahrelang die Fahne vor dem Blog der Virage Est gehisst worden, Boys contre le Rassisme, die Boys, die Ultragruppierung gegen den Rassismus. Die Virage Est fußt auf diesem antirassistischen Grundkonsens. Und für mich ist es kein linkes Anliegen, es ist ein demokratisches Anliegen, das Fußball Menschen verbindet. Fußball kommt nicht aus Deutschland. Die einen sagen, es wurde in China erfunden, die anderen sagen, es wurde in England erfunden. Nach Deutschland gebracht wurde es von einem jüdischen, mutmaßlich homosexuellen Menschen namens Walter Bensemann. Und ohne den würden wir alle nicht im Stadion stehen. Das ist ein internationaler Sport, einer, der zusammenbringt, der nicht trennt. Und wir sollten den Sport nicht als Bühne für diese Leute überlassen. Und deswegen sage ich ganz klar, wenn es nochmal Thema wird, es wird jetzt weiter Thema im Blog bleiben. Es wird von mir auch nicht losgelassen als Thema, weil irgendwelche Leute behaupten, man müsse sich auch von links distanzieren. Das ist eine klare Ablenkung, das ist Manipulation. Da soll von dem Thema an sich abgelenkt werden. Und das Thema sind eben gerade nicht irgendwelche Linken oder Linksradikalen. Es sind konkrete Vorfälle. Auch Vorfälle, die mir geschildert wurden. Auch Vorfälle wie diese am Wochenende. Und wenn wir nicht, wenn wir wegsehen, dann werden Leute noch mehr tun. Dann wird das Problem nicht von allein verschwinden, es wird größer. Es geht darum, dass wir, die noch schweigsame Mehrheit, laut werden. Dass wir hinschauen. Dass wir klar sagen, nein, das ist nicht unser erster FC Saarbrücken. Und klar gibt es auch die Leute, die sagen, was kann der Verein dafür, wenn Menschen in Fankleidung außerhalb des Stadions sich daneben benehmen. Klare Antwort ist, der Verein kann nichts dafür. Aber wir können was dafür tun, dass dann nicht alle Fans über einen Kamm geschert werden. Dass nicht nach außen die Nachricht ankommt, die FCS-Fans sind rechts. Das sind sie nicht. Aber wenn wir das nicht offen sagen, wenn wir nicht klar Haltung beziehen, dann werden andere uns den Schuh einfach anziehen. Und ich finde nicht, dass man da wegschauen sollte. Das war eine sehr lange Antwort auf die erste Frage. Kommen wir zur zweiten Frage. Und die bezieht sich jetzt auf den Sturm in den Innenraum. Das ist auch immer noch ein großes Thema. Was denkst du, hat der Boykott der Ultras und damit das Fehlen eines organisierten Supports im Fanblock den Platzsturm begünstigt? Hätte es durch die Präsenz einer organisierten Gruppe verhindert werden können? Das ist im Nachgang schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn. Ich glaube, dass die Virage S nach so einem Spiel nicht auf den Platz stürmt. Andererseits muss man hinzusagen, dass es ja auch so eine Art Sturm in den Innenraum und große Unzufriedenheit auch bei Ultras gegeben hat nach dem Lautern-Spiel. Ich will sowas generell nicht gut heißen. Allerdings bin ich mir auch sicher, und die Virage hat sich auch distanziert, dass bei den meisten Ultras ganz klar der Gedanke ist, dass so ein Spiel gegen Köln eben kein Anlass ist, die Mannschaft zu bedrohen oder zur Rede zu stellen. Und das soll ja, wie schon im letzten Video gesagt, eine Drohkulisse herstellen, wenn ich als Fan in den Innenraum dann vordringe und dann gestikuliere in Richtung Mannschaft und an Banden wippen oder so ein Verhalten zeige. Die Gründe, warum die Virage S nicht ins Stadion geht, hat sie ja transparent dargelegt. Ich persönlich habe dazu auch ja schon was gesagt und die muss man in erster Linie respektieren. Andererseits ist die Frage auch, wie das jetzt weitergeht mit der Kurve. Ich tue mich immer schwer, sowas vom Fernseher aus zu bewerten. Ihr wisst ja, ich lebe in Hamburg. Ich kann nur in unregelmäßigen Abständen Spiele besuchen, bleib natürlich auch Fan. Nein, ich kann dir da keine gute Antwort drauf geben. Ich glaube aber, dass durchaus eine organisierte Fangruppe solche Szenen wie Samstag durchaus verhindert hätte. Ich will aber nicht nur über die Kurve reden. Es gab auch eine Frage, wie asozial können die Fans noch werden. Ich bin sehr schockiert und die will ich als Anlass nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es auch schon die ganze Saison über Vorfälle auf der Tribüne gab. Einen habe ich sogar hier im Blog geschildert beim Heimspiel gegen Magdeburg. Und man soll jetzt nicht denken, dass es nur Fans in der Kurve, die stehen sind, die sich daneben benehmen. Das ist generell eine Kultur, die da entstanden ist. Und die hat auch ein wenig damit zu tun, mit der Erwartungshaltung, die zu hoch ist. Da gleich die nächste Frage, wieso kommt aus deiner Sicht immer wieder Unruhe in diesen Verein, in diese Mannschaft? Ich glaube, ein Teil davon ist, dass der Verein vielleicht zu passiv ist, zu selten mal die Spieler schützt oder sich vor die Spieler stellt und Ansagen macht, wie sie zum Beispiel Daniel Batz im Interview bei mir im Sommer gemacht hat. Manchmal wirkt es einfach so, dass egal was wir machen, egal wie gut wir spielen, wenn das Ergebnis dann nicht passt, dann ist alles scheiße. Und das darf dann in der nächsten Saison auf keinen Fall sein, weil wir wissen alle, die zweite Saison ist nie einfach. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Leute gar nicht so die ganz, ganz schlimmen Zeiten miterlebt haben. Dass die erst in der tollen Pokalsaison hinzugekommen sind oder während der Drittligasaison oder dass sie vielleicht auch gar nicht mehr die Oberliga-Jahre miterlebt haben. Das dürfen aber keine Entschuldigungen sein. Ich glaube, man sollte den Fans ehrlich gegenübertreten in der Erwartungshaltung und gleichzeitig auch zu mehr Realismus erziehen. Und erziehen heißt in dem Moment tatsächlich, wenn Leute sich daneben benehmen, in welchem Bereich des Stadions auch immer, muss das Konsequenzen haben. Ganz einfach, ob das jetzt Beleidigungen gegen Angehörige sind von Spielern, geht überhaupt gar nicht. Ob das ein Bepöbeln der Trainerbank ist, geht auch nicht. Ob das irgendwelche Becherwürfe sind, nein. Der Verein muss Grenzen setzen, weil wenn der Verein da nicht Grenzen setzt gegen so ein Verhalten, dann werden die Grenzen auch immer erweitert oder es passieren immer mehr Sachen. Das ist auch eine Verantwortung des Vereins, da einzuschreiten. Jetzt ging es ganz viel um Vereinspolitik und ich möchte jetzt trotzdem, weil auch viele Fragen zum Sportlichen kamen und ich auch nicht die Leute enttäuschen möchte, die sportliche Fragen gestellt haben, eben diese beantworten. Hätte man noch mehr Spieler für die Offensive verpflichten müssen? Man hat im Winter nur mit Jalen Hawkins einen offensiven Flügelstürmer verpflichtet, der auch eine positionsgetreue Nachverpflichtung war für den Abgang von Maurice Deville. Beides Flügelstürmer, Maurice Deville vielleicht ein bisschen variabler, auf jeden Fall auch ein bisschen anders als Spielertyp, eher großgewachsen und eher auch nicht der Sprinter wie Hawkins, wie man es von den ersten Spielen beobachten kann. Ich glaube nicht, dass man noch in der Offensive hätte jemanden verpflichten müssen, weil das Angebot schon relativ groß ist und wenn tatsächlich alle fit sind, müssen ja auch Leute tatsächlich auf die Bank. Wie hättest du eine Aufstellung mit Steinkötter zentral statt Jakob gefunden? Im Prinzip eine schnelle Offensive mit Guras, Hawkins und Steinkötter. Vielleicht würde da die Erfahrung fehlen. Heute weiß man, dass auch Guras gehen wird. Und ja, so eine Aufstellung halte ich durchaus für möglich, auch weil Justin Steinkötter vielleicht mal die Chance von Beginn an benötigt, um für sich selber auch Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen. Und auch weil es den Gegner vielleicht nochmal anders fordert, weil der eher darauf eingestellt ist, dass Steinkötter reinkommt später. Andererseits, Schnelligkeit ist eben nicht alles. Schnelligkeit ist nur dann gefährlich, wenn man sie auch in Szene setzen kann. Und das bedeutet eben, dass die Bälle auch da ankommen. Ich glaube, die Probleme liegen eher darin, dass aktuell mit Grimaldi jemand fehlt, der die Bälle vorne festmachen kann, nachdem man mit langen Bällen das Mittelfeld überspielt hat. Man braucht tatsächlich entweder einen Grimaldi, der diesen Job übernimmt, oder aber es muss besser von hinten rausgespielt werden. Eigentlich hat man dafür jetzt das Personal mit Steven Zellner. Allerdings fehlt da auch in der Mittelfeldreihe auf der Acht oder der Sechs aktuell jemand, der die Bälle da hält und auch gut nach vorne bringen kann. Da liegt im Moment meiner Meinung nach eher das Problem. Von wem laufen eigentlich die Verträge aus? Ich habe hier jetzt mal eine Übersicht reinkopiert von Transfermarkt.de. Da sehen wir die Spieler, bei denen laut offiziellen Angaben, man muss immer bedenken, dass Transfermarkt eine gute Übersicht ist für viele Daten, aber eben auch nicht immer Einblick in die einzelnen Verträge hat. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, bei dieser Übersicht, da steht zum Beispiel bei Julian Günther Schmidt eine Leistungsoption drin, das stimmt auch, aber Bonet Uaffero hat zum Beispiel im Interview mit mir gesagt, dass er auch eine Leistungsoption besitzt. Die wird natürlich aufgrund seiner langen Verletzungspause nicht mehr zur Anwendung kommen können, aber die gibt es eben auch. Das heißt, diese Auflistung, die ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ich würde mal denken, sicher bei den Abgängen ist auf jeden Fall Minos Guras. Den werden wir in der nächsten Saison mutmaßlich eine Liga höher sehen. Bei den anderen, ich glaube, in der Innenverteidigung wird nochmal hingeschaut, wie die Plätze besetzt werden. Man hat viele Innenverteidiger, bei denen der Vertrag ausläuft. Lukas Böder, Bonet Uaffero, Bjarne Tölke. Da wird wahrscheinlich auch noch der weitere Verlauf der Saison entscheiden, wie man dort vorgeht. Bei Jalen Hawkins ist es klar, da ist abgemacht, dass er im Sommer wieder zurückgeht zu Ingolstadt. Dann müsste natürlich neu verhandelt werden, ob man ihn nochmal ausleiht oder ob es da ein anderes Vertragsverhältnis dann gibt. Vielleicht kauft man ihn ja, das glaube ich, aktuell eher nicht, weil er ja auch verlängert hat in Ingolstadt. Mario Müller, da könnte es auch sein, dass er so eine Leistungsoption hat, die da nicht drin steht, weil bei vielen dieser Spieler, die schon länger hier sind, sind solche Optionen im Vertrag. Ich habe das Gefühl, dass Uwe Koschinat nicht mehr auf ihn setzt und jetzt auch mit Pius Kretschmer als Linksverteidiger gehe ich eher davon aus, dass sich da im Sommer die Wege trennen werden. Bei Marius Köhl muss man abwarten, sehe ich aber ähnlich, weil der bekommt auch kaum Einsatzzeiten. Ich denke eher, dass er jetzt zu einem anderen Verein wechseln wird, bestimmt dann in die Regionalliga, weil in der dritten Liga sehe ich ihn aktuell auch eher nicht. Woran hängt es deiner Meinung nach, dass wir seit 180 Minuten mindestens torlos sind? Nur, dass Grimaldi nicht dabei wäre, wäre mir als Grund zu billig. Das ist als Grund tatsächlich zu billig, aber ich glaube, man kann es auch nicht ohne Grimaldi beantworten. Mir ist aufgefallen, vor allem im letzten Spiel, dass oft, wenn man keinen anderen Weg mehr wusste, diese Hoch- und Weittaktik trotzdem ausgepackt wurde mit langen Bällen von Daniel Batz und das wenig eingebracht hat. Und das ist auch ein Problem, dass mal im Podcast Studio Blau-Schwarz besprochen wurde, dass ich zumindest oft den Eindruck habe, dass so ein Plan B für den Ausfall von Grimaldi fehlt. Wenn man auch noch ein Spiel weiter zurückgeht gegen Würzburg, Tor nach einer Ecke und auch ein eher zufällig erzieltes Tor von Jakob, was aufgrund eines groben Patzers des Torhüters von Würzburg passiert ist, spricht auch schon so ein bisschen für diese These, dass einfach die Eingespieltheit fehlt, wenn eben Grimaldi fehlt und natürlich fehlt auch mit Luca Kerber jemanden in der Zentrale, der auch mal den Pass durchstecken kann. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, was unterschätzt wird, dass da in der Mitte des Feldes die Leute fehlen, die auch von hinten rausgespielte Bälle halten können, festmachen können und weiter nach vorne leiten. Und die letzte Frage, ist Uwe noch der richtige Mann für den FC? Ich persönlich hätte vermutlich den Trainer gewechselt, wenn ich jetzt Sportdirektor wäre, nach dem Lauternspiel. Nach dem Lauternspiel aber gab es auch einen Aufwärtstrend und auch wenn es Probleme gibt, jetzt mit zwei Niederlagen am Stück und tatsächlich dieser Unmut in der Fanszene ist, wir stehen immer noch auf dem fünften Platz, wir stehen immer noch sehr gut da und das sollten wir einfach zur Kenntnis nehmen, wir sollten da auch dann die Meinung der Mannschaft zur Kenntnis nehmen und die Frage ist eher, was im Sommer passiert, ob man, Uwe Koschinert hat ja einen Zwei-Jahres-Vertrag, ob man mit ihm weitermacht, ob man vielleicht die Frage stellt, wie das nächste Saison taktisch aussieht. Man kann nicht davon ausgehen, dass Adriano Grimaldi immer 38 Spiele bestreiten kann, er ist ja auch jetzt verletzt. Wir sollten froh sein, wenn er Spiele bestreiten kann, aber es braucht auch noch mal eine taktische Weiterentwicklung, denke ich. Und da sollte man sich vielleicht im Sommer noch mal mit Uwe Koschinert zusammensetzen, ob er bereit ist, da was zu entwickeln. Ich finde, man sollte ihm da jetzt weiter die Chance geben und ich sehe aktuell auch keinen Grund, den Trainer zu wechseln. Das wurde doch etwas länger als geplant aufgrund der aktuellen Ereignisse. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich will vielleicht zum Schluss einmal loswerden. Ich weiß, es gibt auch viele Leute, die teilen überhaupt nicht meine Ansicht und die ärgert auch vielleicht oft, was ich sage. Und die haben ihren Spaß daran, das auch kundzutun oder werfen mir vor, dass ich keine anderen Meinungen zulasse. Und natürlich vertrete ich sehr starke Meinungen, aber am Ende des Tages geht es halt wirklich darum, wir sind alle Saarbrücker, wir sollten uns gegenseitig respektieren. Und dazu gehört eben auch, dass wir tolerant einander sind. Aber die Toleranz hat Grenzen und jetzt will ich den Bogen zu Beginn des Videos nochmal spannen. Man kann nicht tolerant den Leuten gegenüber treten, die selbst intolerant sind. Und deswegen nochmal mein Aufruf, Rassisten aus der Kurve, damit die Kurve lebt. Das war es mit dem Q&A, wir sehen uns bald wieder, euer Carsten.